Arnica oder Bergwohlverleih wächst im Gebirge, vornehmlich auf nicht oder nur wenig gedüngten Bergwiesen. Arnica ist eine wichtige und alte Heilpflanze. Sie wirkt entzündungshemmend, desinfizierend und auch blutdrucksenkend. Äußerlich wendet man sie an bei Muskel- und Sehnenzerrungen sowie bei Quetschungen. Hierzu eignet sich am besten eine Tinktur. Gute Wirkung zeigt Arnica auch bei Blutergüssen und schlecht heilenden Wunden. Da die Arnica die Durchblutung und die Abwehrbereitschaft der Schleimhäute anregt, hilft eine Spülung und das Gurgeln gegen Entzündungen im Mund- und Rachenbereich.